Speakstuff Am Genfer See gibt es einige Ausflugsziele, die Sie nicht versäumen dürfen. Dabei nimmt das Schloss Chillon am Ostufer bei Montreux eine herausragende Stellung ein. Das romantische Schloss wurde auf einer kleinen Insel errichtet, die bereits in der Bronzezeit als strategisch wichtiger Ort bekannt war. Infobox Im 13. Jahrhundert wurde das Schloss Chillon erbaut. Es diente im Laufe der Zeit als Gefängnis, Waffenlager oder Wohnsitz derer von Savoyon. Von seiner Faszination hat das Schloss bis heute nichts eingebüßt, gehört es doch zu den am meisten besuchten Sehenswürdigkeiten der Schweiz. Bei einer Führung werden Sie von den prächtigen Sälen, den Gemächern, dem Kerker, der Waffenkammer mit sehenswerten alten Waffen und dem Wehrgang begeistert sein. Ein kleines Paradies für Weingenießer Am Ufer des Sees erheben sich die berühmten Weinterrassen von Lavaux, die zum Welterbe gehören. An den steil aufragenden Hängen wird schon seit dem 12. Jahrhundert ein edler Tropfen kultiviert. Das Weinbaugebiet von Lavaux erstreckt sich von Lausanne bis Montreux. Die Weinbauregion können Sie wunderbar zu Fuß entdecken. Dabei werden Sie von dem angenehmen mediterranen Klima, dem wunderbaren Licht und den fantastischen Ausblicken und dem beeindruckenden Alpenpanorama begeistert sein. Für Touren durch die äußerst malerische Weinbauregion können Sie auch die beiden Züge Lavaux Panoramique oder Lavaux Express nutzen. Wenn Sie schon mal hier sind, müssen Sie in die Weinkeller der romantischen Dörfer einkehren, um den berühmten Weißwein Chasselas zu verkosten. Archäologische Entdeckungen Die Region um den Genfer See ist uraltes Siedlungsgebiet. So befinden sich von zahlreichen Fundstätten von Pfahlbauten allein 24 im Dreiseenland nördlich des Genfer Sees. Dabei handelt es sich um Überreste prähistorischer Dörfer, die bis zu 5000 Jahre alt sind. Zehn dieser Fundstätten im Kanton Waadt sind Teil des UNESCO-Welterbes. Darunter befinden sich die Fundstätten von Iverdon, Baie de Clendu, Morge, Station de Morge oder Chevroux-la-Bessim. Infobox In Nuyon, das von den Römern unter Cäsar als Noviodunum gegründet wurde, befindet sich ein sehenswertes Museum. Hier erhalten Sie einen Eindruck von dem Leben in der Antike. Und mit zahlreichen Gegenständen wird der damalige Alltag erlebbar. Lohnenswert ist das alle zwei Jahre stattfindende Festival für Archäologiefilme. Jede Menge Freizeitmöglichkeiten am Genfer See Das Freizeitangebot rund um den Genfer See ist äußerst vielfältig. Da kommt garantiert keine Langeweile auf. Einen ausgezeichneten Ruf weit über die Grenzen der Schweiz hinaus genießt die Region als Eldorado für Skater. Besonders attraktiv und für die ganze Familie geeignet ist der Ronsget, dessen schönster Teil am Ufer des Genfer Sees entlang führt. Die Kulisse bilden dabei das Schloss Gillon, die prächtigen und mondänen Hotels in Montreux und die steilen Rebhänge des Lavaux. Einem Vogel gleich kann die atemberaubende Landschaft rund um den Genfer See aus der Luft betrachtet werden. Bei guten Wetterbedingungen können Sie von Chateau d'Eau aus zu einer Ballonfahrt starten. Schon beim Befüllen werden Sie dabei sein und unvergesslicher Höhepunkt wird Ihre Lufttaufe und die Überreichung eines Flugzertifikates sein. Das sind einige Highlights, die Sie bei Ferien in der Schweiz rund um den Genfer See erleben können. Kulinarische Genüsse renommierter Spitzenrestaurants und liebevoll geführter Gasthäuser bieten eine gastronomische Vielfalt mit tollen Rezepten aus der Region. Dabei sollten Sie auch die fantastischen Weine, die rund um den Genfer See gekeltert werden, genießen. Mehr auf speakstaff.com